Katharina Strasser zum ersten Mal, da was gibt es Neues? Darf ich Kathi sagen oder Katharina? Also Kathi. Ich bitte darum. Kathi Strasser. Offiziell Kathi, alles klar. Offiziell Katharina, aber für dich Kathi. Für mich Kathi. Uns brauchst du dich nicht weiter vorstellen, wir sind einfach ihre Sugar-Taddies. Vom Alter und vom finanziellen Background würde bei dir das auch passen, ne? Selbstverständlich. Man sagt ja, das richtige Alter einer Frau ist Lebensalter durch 2 plus minus 1, 2 Jahre. Ich bin jetzt 47. Durch 2 ist 23,5. Das heißt, die ideale Partnerin für mich wäre von 21 bis 25. Kathi, wie alt bist du? 26. Das Leben ist blöd. Bist du jetzt richtig schwanger oder spielst du es nicht? Ich habe mir wahnsinnig zugenommen. Nein, der Serie bist du ja... Das ist so charmant. Ja, Wahnsinn. Bist du jetzt schwanger? Ich rede von der Serie. Ich bin schneller mittler, bist du doch schwanger. Ja, ich bin schwanger. Da will man einfach nur einen Bezug auf andere Serien nebenherstellen. Wunderbar, ja. Nett sein und sofort wird irgendeine Unhöflichkeit da hineingebracht. Wenn einer im Burg, der den Otelo spielt, fragt ihm eher in der Sendung, ob er seine Frau umbringt. Ja... Na, 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 na. Jungen, ich binirscht. Ja... Ja... Untertitelung des ZDF für funk, 2017